Der Einzelne wird keinen Erfolg haben, wenn wir im Kollektiv nicht Erfolg haben. Es wird nicht funktionieren. Wir müssen einander supporten, nicht diese Floske, ey Bro, lass uns mal supporten. Sag ich jedes Mal, Digga. Verstehst du? So wie du es mir vorstellst und ich nicht, wie ich es mir vorstelle. Es ist ein Pakt, den wir eingeben müssen. Turn it goes. Yes, bro. Ja, du kannst kommen. Oh, she is welcome back, Nigga. Welcome back. Eineinhalb Tage warst du noch, Digga. In der Zeit habe ich neues Fanny gekauft. Neue Tisch. Ich habe meine Haare geflofft und siehst du. Fresh to death, Nigga. Welcome back. Hey, nein, 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 nein. Hey, 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 hey. Brafon, brafon. Hey, Junge Mann. Checkst du es nicht? Diese kleine, dreckige Schlampe hat gewagt, mich anzufassen, Mann. Digga, wir sind brav. Wir holen sie ja nach. Mit dem Brafon, Baby. Brafon. Nein. Check das, Digga. Diese kleine, dreckige Schlampe hat gewagt, mich anzufassen, Mann. Keiner legt sich mit mir an. Keiner. Kuh 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 Tradition Du. Sofort. Setz dich hin. Nicht dahin. Dahin. Jetzt nicht. Okay, was ich gefehlt? Check. Check? Du Eierkopf. Ey, Junge, wie redest du mit mir, Mann? Denkst du bei all den Schick, die wir machen? Hab ich Angst, du bist tot? Ey, Jungs, 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 ey. Chill mal. Die sind bei mir zu Hause, Mann. Jetzt noch. Das ist der Schild, Mann. Okay, Jeffrey. Keiner fickt mit Malaria. Wir bekommen sie, Mann. Wir bekommen sie. Lass jetzt rausgehen. Ey, sitz dich, sitz dich. Jeffrey. Nimm mal deine Hand vor den Mund und rauf mal. Bist du schwer, Iris? Lass uns raus. Ja. Digga, das ist Pfefferminz, Digga. Area. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Studium läuft ganz entspannt, ja? Bin jetzt im dritten Semester angekommen. Ja, ich komm gleich. Hö. Alles klar bei dir? Ja. Area 6. Die stellen das Zeug her und verkaufen das wieder. Was redest du? Was ist das? Hä? Was ist das? Hä? Hab ich die gehört später. Ey, Jungs, guck mal, guck mal da, 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 da. Wo ist das Geld? Digga, was soll der Scheiß, Mann? Ich brauch noch ein bisschen mehr Zeit. Seit einem Monat schon 15.000. Bruder, meine Mutter, Digga. Gib mir bitte noch eine Woche, bitte. Das ist nicht mein Problem. Wie, lass das nicht denken? Nein, da, jetzt hör mal! Oh, dann ist die Stärkung der Fackermann! Du hast nichts zu mehr irgendwelchen. Hey, Jungs! Das ist mir nachschuldig, Digga! Und, dann liquid's mal zurück! Was soll der Scheiß? Lass mal! Geh! Ey, wir können uns unbedingt reden. Nein, wir gehen nicht drüber, das ist 50. Ist Jungen, verpackt zum Sterben! Jeffrey, Kevin. Erkennen die ihn noch, Digga? Das ist dieser eine Typ von Pakos. BJs, Digga, don't shock with me. Distoning? Was ist das denn? Was ist das denn? Nein, nein! Hey, Leute! Zurück zu Beginn! Bist du Bist du? Hände hoch! Kannst du hinterlaufen? Du bist von Area 6? Nein, nein, nein. Ja? Ich komme aus einem anderen Kongo. Ich bin wegen meinem Medizinstudium hierhergezogen. Medizin, Medizin, Medizin. Wir können ihn ja aufnehmen, oder? Ja, ja. Gib mir doch bitte eine Wache! Grüßt der Max von mir. Die Max ist Huck! Ich bin ein Businessman aus der Höhe. Ohne eine Businesskarte meinti, ich bin kein Gentleman. Bin ein African Man, mein Nigger wie viel akutiert. Die Polizei trifft mich so lange wegen Mord. An ihrer Prinzip. Fuck die Police, bis ich sterbe. Black Panther Jäger, bis ich sterbe. Mache ich schlafen, Money, Money. Sei die Immobilien, Nigger in Komassi. Sei die twerk, 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 twerk. Mit Handy wie Niggas Booty. Smoke. Wir bekommen Tugi. Tugi? Erst gedrückt. Schnappen. Nicht töten. Okay? Hadi. Ich gebe ein Fick, wer du bist. Mensch ist Mensch. Das ist meine Welt. Ich bin Jigge, that's me. Supporting dich, meine Freunde, aber Celebrities. Nah, that's not me. Up to me, my 10 is nice. Herzlich willkommen in Section 8. Was kann ich für dich tun? Scheiße! Hey Jigge. 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 Kennst du eine Chloe, Digger? Ich kenn keine Chloe, Digger. Ein Büro, Sigaretts. Stammerhaus brauche ich einfach Mad Tracks. Glaub an mich fest. Kein Platz für 666. Gehör zu den Kindern der Sklaven, die sie nicht töten konnten. Gott ist best. Feeling mich blessed. Afrika in meiner DM. Und das ist immer mehr geflogen. Ich kann mich mit ihr in den� alternativen, die sie nicht töten konnten. Ich kann mich an mit ihren Augen. Vielen Dank.